jetzt hier ist so komisch ja der kraken ist da draußen gerade ab leute kommt hier müssen wir rein wo bist du denn der linken seite ist so eine kleine lücke da ja da kommt man durch dann sagt uns das doch weißt du das sagst du komm mal dahin wo ich bin ja ich hab dich nicht mehr gesehen wie soll ich damit ja genau okay er ist draußen geblieben ach er braucht sein eigenes herz wenn er eine eigene instanz ist oben ist luft heute kannst du weniger reden und mehr machen text dann nichts nicht er redet nur so langsam mit so vielen pausen ja das wäre zu einfach einfach mal ich habe ein brett genau die mitte kette kette ist und dieses viereck also der das herz ist in der mitte ja das passt passt also wo ist denn die hier steht jetzt irgendwo hier oben war die da hier oben munition ist da wieder raus Wie in der Kirche? Susanne. Das ist Susanne in der Kirche. Alle, alle, Amen Maria, Susanne. Oh no 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 no. Au, Hilfe. Das ist immer so hässlich, Mann. Die Katze einfach mittendrin. Die Katze hat ja die Katze mitgenommen. Der Affe ist auch dabei. Das ist vielleicht nicht unbedingt die beste Umgebung für Haustiere. Ach, kann das auch. Die Katze hat gesagt, es ist okay. Die hatte nichts dagegen. Ich habe keine Widerworte gegeben. Jo, der andere ist gut. Oh, ich habe immer noch. Oh, Manni, Jona. Manni, Jona. Manni, Jona. Ich bin in der Kirche. Ich weiß, ich bin in der Kirche. Weg. Äh. Au. Wer wirft dich mit einer Ananas? Hat er aber Angst? Ja. Kleine Krabbler. Der ist ja gesund. Wir haben es, dass wir Dreckschweine sind. Platscht die Mann, ja echt ein Riesen-Gedönschen hier. Gibt es Sache gegrillten Fisch oder was essen wir später? Ich sagst du mal, es ist. Gibt es Sache gegrillten Fisch oder was wir später essen? Die halten halt nichts aus, die Großen im Vergleich. Das ist halt so ein Witz. Ich sage, dass sie so groß sind, gell? Ja, ich sage, dass wir ein Schotter. Ja, ich sage, dass wir ein Schotter. Oh, fuck, da kann man mehr. Hey, der hat mich herkohlen. Ihr A-D. Kennt ihr schon einen neuen Kampfsprung? Peschi hat uns nicht gesagt. Wieso? Ich wollte die Nerven kitzeln. Was denn das jetzt? Komm, stimmt einer aus dem Tor raus. Hä, wieso geht denn das Scheiß-Kolle nicht auf? Jetzt was. Hey. Ich bin vorbereitet. Alter, wer hat mich denn da jetzt gerade weggeschossen, Mann? Ich wache das Tor auf und er schießt mich weg. Mann, ich warte nicht. Jetzt. Alle im Anschlag. Ich will zuerst, ich will zuerst. Ich will zuerst. Wie im Kindergarten. Tee. Hast du was gesagt, Markus? Was? Hast du was gesagt, Markus? Hey. Hey. Du bist die Sickness, Alter. Wollt ihr selber rausfinden, wie es weitergeht, oder? Ja. Muss man da rein ins Wasser wahrscheinlich? Lass uns mal erstmal ein bisschen schauen. Lass uns mal alles schön in Ruhe anschauen. Vorhin sagt der Jenis noch, ich halte mich zurück. Und dann soll ich euch gleich sagen, wie es weitergeht? Oder wollt ihr erstmal schauen? Deswegen frage ich ja. Ich hätte auch gar nicht fragen können, ich hätte das einfach machen können. Da oben rauf müssen wir. Da ist man. Oh. Komm. Irgendwann müssen wir da irgendwie hoch. Was kommt man da nicht so hoch? Ey. Jenis ist. Finger weg. Das ist der Pröschel. Ich mach doch klar nix. Achso. Ich habe eine Flaschenzug entdeckt. Mann. Langweilig. Äh. Wenn du rennst, schaust du's. Markus, schnell. Was denn? Jetzt geht nix mehr. Nimm. Nimm meinen. Oh. Ich lege selber da runter. Ja, ich muss es sowieso nochmal holen. Lemmy. Du stinkst. Jetzt bin ich nicht darüber gekommen. Ja, ich konnte ihn. Ja. Lass mich das Ding doch einfach runterfahren, du Sack. Seilzug. Hallo, Seilzug. Nach unten. Ich muss ja nochmal hoch, weil ich hab da irgendwie verbrungen. Ja. Wenn er uns... Wenn er mich... Solidarisch hab ich das jetzt gemacht, damit er nicht alleine da runterkommt. Natürlich. Natürlich, Susanne. Bis vor dir. Ja, cool. Jetzt geht es nicht mehr. Jetzt geht es nicht mehr. Doch, das geht schon. Warte mal. Ich mach's. Ich kann's auch mal. Janice hat's kaputt gemacht. Kommt da, Kai. Oder wie? Ich mach's. Ja, ich mach's. Mach mal. Aber... Äh? Nein. Geh es nur einmal? Jetzt hat er... Ja, doch. Also geht schon mal rein. Ich... Bitte schnell, weil ich muss... Also... Am besten... Ich muss nicht meinen Stab hin. Dann nach rechts oder links. Ich hab doch recht, wenn ich gucke. Nach rechts. Scham, gell? Rechts. Ich hab meinen Stab verloren. Oh nein. Ich muss Schmeinen haben. Nein, nee, danke. Meiner ist größer. Ich weiß. Was? Ich hab's doch oft zu wülpsen, du dummer Penner. Oh Gott. Hier liegt übrigens was. Was war das? Ja, der hat bestimmt Kaff, der hat da ein bisschen Angst gekriegt. Nein, der hängt hinter deinem Tor fest. Der kommt nicht durch. Was war das? Hab das nicht gehört, dass der versucht hat, die Tür einzuschließen. Das war der Krakel. Achso, das war ein Riesenviech. Das war der Krakel. Der Krakel. Der Krakel. Da liegt übrigens was unten. Wo? Und hier ist noch Munizum. Keine Rolle. Jetzt muss ich da runter, oder was? Wo liegt was? Oh nee, es gibt wieder die Bücher. Ach nee. Da hab ich aber keine Ahnung, wo die alle sind. Eins von eins. Ich hab noch keine Ahnung. Es ist genau ein Buch. Wir gehen da so schnell durch, ich kann gar nicht suchen. So, jetzt muss ich grad selber überlegen, wie das nochmal gängt. Da ist ein Buch. Susanne macht so ungefähr alles zeitversetzt 30 Sekunden später. Also ihr hört, wie er versucht, die Tür einzuschießen? Ja. Wir können doch einfach auf den Dassen zurückziehen, aber das wäre wohl zu einfach. Äh, ja, nice. Ich bin allgemein gerade. 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 Und wir können ihn von hier drüben sehen. Nein, ich bin unten. Was müssen wir denn jetzt nennen? Das Dumme ist, wir müssen uns die Mejongfrauen anders einstellen, sonst kommen wir nicht weiter. Das ist auch schon wieder unten. Was machst du hier? Ich bin wieder zu blöd, am Fluffy zu gewinnen. Welche Mejongfrauen, Janice? Das ist doch nichts anderes, wie einfach nach unten zu drücken. Eigentlich. Oder nach unten mit S, glaube ich. Ja. Use the Fluffy to. Das wird er verstehen. Warte mal. Mach doch du voll. Ich bin zu blöd dafür. Ja, das ist aber gerade absolut scheiße. Weil wir müssen die Mejongfrauen hinkriegen. Ja, wo ist er denn? Solange der da rumkämpft. Bei mir geht das aber auch nicht. Ey, was macht ihr denn da unten? Wo müssen wir denn hin? Den runtergefallen, wo du ihn zu bedürst. Ja, ich bin auch runtergefallen. Was die anderen bleiben. Markus, geh weg. Ich mach schon. Ja, versuch mal dein Glück. Ich hab keine Ahnung, was ich verkehrt mach. Ich kann's auch nicht, Markus. Also wir müssen nach oben drücken, um es hochzukriegen. Ah, oben? Ich sag doch keine, ja. Jetzt trakst du, das wäre am clear. Also letztes Mal hieß es noch bei mir so. Ist doch ein Flüssen zu. Geht nach oben. Ja, genau. Äh, Matze. Matze, lass es nach unten, dann kannst du mitfahren. Nein. Wenn du es ganz nach unten ziehst, bleibt es da. Nun kannst es hin sprengen. 5.000 Jahre später. 5 Millionen, was? 5.000 Jahre später. Achso, 1.000, naja, das geht ja noch. Das kann man abfahren. Ja, bei mir geht es älter. Ich bin ja solidarisch. Ich mach das bei Matze jetzt auch nochmal. Okay. Susanne macht's mit jedem Mal, was? Was müssen wir denn machen, Dennis? Wirst du wieder zurück in die andere Höhle? Ja, warte, jetzt geh erstmal drauf. Geh drauf. Ja, wir müssen da rüber. Schnell! Und dann kommt ihr zu mir und dann seht ihr es eigentlich selber. Nein, ich bin weg. Hä? Bin jetzt? Anser Freund ist endlich da. Ach, das, mir respawnet dann bei euch. Und wo bist du jetzt, Janice? Was? Na, Susanne ist wieder unten. Ja, ich bin also irgendwie, ich bin weitergelauben. Ja, wie komm ich da rüber? No, 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 no. No, 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 nee. Über's Schiff, über's Schiff musst du. Hallo. 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 Was, über's Schiff? Nein, du musst, Susanne, du musst wieder hoch, du musst, du musst das Ding runterziehen. Äh, geh mal hoch, der andere folgt dir, die hinter, du musst das Ding selbst runterlassen. Du musst das Ding runterziehen. So, wenn's ganz unten ist, bleibt es einen Moment in der, in der Höhe und dann kannst du hinsprinten. Ja. Wenn ich's runterbringe. Ja, jetzt was mehr, dass du nach oben drücken müsst. War ich? Na ja. Äh, wie? Okay. Tut sie was? Nein, du musst... Good soldiers follow orders. Du musst das schon gedrückt halten, das weißt du, oder? Oh, das ist ja blöd. Du musst so lange da bleiben, bis es ganz unten ist. Irgendwie dachte ich, es rastet dann ein, oder? Execute orders, 66. So, also ihr beiden, ihr seht da hinten, was wir machen müssen. Ja, ich muss dich umbringen. Ich muss dich halt wieder ausrichten. Ich muss dich umbringen. Oder? Ich bin ein guter Soldat. Ja, aber wir... Das können die gar nicht schon mal machen in der Zwischenzeit, so. Ich bin ein guter Soldat. Einmal Kette muss in die Mitte. Dann einmal dieses komische, äh, der Eden-Apfel da, ne, der Eden-Apfel muss in die Mitte. Moment, das stimmt ja sogar. Aua! Ich meine, ich hab die perfekte, perfekte Wehrzeug-Schüsse ausrichten dabei. Alle ausgerichtet. Hier sind wir, Susanne. Ja, ich hab schon gesehen. Richtig ausgerichtet. Puh! Alle sind wir da. Wir müssen hier nichts mehr machen, das stimmt. Hä? Stimmt. Gut. Was war das? Ja, er nervt. Das macht er. Wieso denn? Naja. So, und jetzt überlasse ich euch mal, wo die... zum Auslösen ist. Jetzt muss man auslösen? Ich löse gar nichts. Ja, irgendwo muss wieder so ein Horn-Dame rumstehen halt. Jetzt hab ich mein Ding, zack. Warte mal. Steht da drin noch ordentlich rum? Wahrscheinlich nicht. Nein, die ist safe. Du dreht hörst wieder runter und bin dann wieder ab. Warte jetzt hier, ganz brav. Und trink einen Schluck. Ganz brav. Genau. Genau. Männer, mach mal. Dann müssen wir safe irgendwo drüberspringen, oder? Janice? Hm? Dann müssen wir safe irgendwo drüberspringen. Nö, nö. Was dann? Also man kann sie sehen, wo wir schon mal waren. Wo wir schon mal... Nochmal darüber, oder? Nach oben. Ja, Matze, du bist schon gar nicht so schlecht. Von der Richtung. Ruhe auf den billigen Plätzen. Ich will nicht. Ich sterben. Kommt noch grad. Hä, aber wo ist die? Die ist ein bisschen weiter weg, das kann ich dir dazu sagen. Muss ich da rüberspringen? Nein, du musst nirgendwo hinspringen, du musst schießen, das kann ich dir sagen. Schießen. Aber ich sehe sie nicht. Na oben, irgendwie, oder? Kalt. Ach, du hast ja dieses Teig. Ich hab mein Ding verloren. Nein. Ries mal weiter. Ich mach mit Kalt. Ich hab ein Day verloren. Du hast dein Ding verloren. Oh nein. Mach einfach eine kleine Kugel, das war wärmer. Und die Augen. Das ist genauso warm wie vorher. Das ist erst die große, langsam in Kugel wärmer und die kleine ist. Heiß. Da hinten steht sie. Ja. Ach, da hinten drin. Und jetzt? Jetzt müssen wir da hinten rein. Ist doch offen, oder? Oh nein. Ah ja. Cool. Mein Pegel steigt. Oho, deine auch? Markus, du kleiner Dichti. Was? Ich tut nicht. Ich tue nicht. Ich tu nicht. Mach wir jetzt da wieder reinsteigen. Also ich werd da hinten in die Dinger. Hallo. Hallo. Machst du schon wieder in der Weltgeschichte rum? Naja. Ich fär auf den Stab Gottes. Oh fack. Ich fär auf den Stab Gottes. ich habe gar kein Stäbchen. Wo muss ich denn hin? Doch ein Erfrischungsstäbchen. Wo? Was? Wie? Wo? Keine Ahnung. Springen alle ins Verderbnis. Wie überall. Achso, das ist ja... Ne, 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 ne. Ich muss jetzt gerade selber ein bisschen orientieren. Wir mussten die Leiter da hoch. Ich glaube da drüben in diese Höhle müssen wir rein. Also hier liegt ein Schlüssel. Was? Was? Was kann ich los? Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Dringend. Hab ich. Und ich zeig euch nachher, wofür wir den brauchen. Ja, was soll ich jetzt nicht im Schlüssel machen? In der Hand behalten. Ah komm, he. Fuck, he. Ich habe dafür den Start meines Lebens abgegeben. Ja, Mai, den brauchst du eh nicht mehr. Also André, du hast das Spiel des Lebens und du hast den Stab des Lebens und ich weiß gar nicht, wer glücklicher ist. Ich weiß gar nicht, wer glücklicher ist. Also ich geh bloß nur Leitern hoch, hüpf irgendwas rüber. Wo hängst du, Susanne? So, bitte einmal. Ja, ich weiß. Nicht immer, aber immer öfter. Du mal. Oh, Flüchtling. Cut. Die wichtigste Nummer war die Nummer 9. Oh. Achso, ich habe ihn seinen Schlüssel geklaut. So, Susanne. Du hast ihn da hingelegt. So. Einmal nicht getroffen. Was machen wir? Äh, Matze, hast du den Schlüssel noch? Ne, der ist weg. Habe ich weggeschmissen. Du hast gesagt, die Frau ihn nicht mehr. Äh, achso, ne, weil ich habe noch einen. Dann ist das der von ihm. Jetzt haben wir nie jetzt keinen mehr oder was. Ich bin einfach waschen liegen lassen. Ich habe einen. Du hast ihn nicht mehr. Dann. 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 Bis zum nächsten Mal.